Was machst du denn hier? Kann ich sehen? Hör mal, ich bin nicht hier, mir von dir irgendeine Scheiße anzuhören, klar? Ah! Kurti und ich hatten ein bisschen Stress, aber nicht schlimm. Der Typ hat sich eingemischt und hat dem Kurti so eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Ein paar Mal. Flasche? Wo kommen die denn auf einmal her? Die hat er so rumgelegen, auf dem Boden. Und der Kurti? Er ist umgefallen. Ich hab Schiss bekommen und bin abgehauen. Und haben den Kurti einfach so da liegen lassen. Hey, das ist der Typ. Was macht der denn hier? Das ist schon in Ordnung. Sagt bloß, einer von euch? Ich fass es nicht. Miriam? Kennen Sie den? Nö. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke drauf? Wie echt? Keine Ahnung. Wir haben noch mehr darauf gefunden. Blut und Haare, eindeutig vom Opfer. Das heißt, der Baseballschläger ist die Tatwaffe. Miriam. Was ist an dem Abend noch passiert, nach dem Streit mit Kurti? Ich hab unbedingt noch was gebraucht. Ich wusste, wo der Kurti immer steht. Und Cem war auch da. Cem war sauer wegen Kurti. Wieder mal wegen schlechten Stoff. Dann ist Cem abgehauen. Und der Kurti? Ich wollte ihn doch nicht umbringen. Ich wollte ihn nur eins überziehen. Den Stoff greifen und abhauen. Tschüss. Und der Tod war.